So Träume und sowas irgendwie, dass alles besser wird oder so, oder richtig gut wird, die hat man nur kurzfristig, wenn man gerade gute Beute gemacht hat oder sonst was. Aber ansonsten ist eigentlich mehr so, man hängt mehr zwischen den Wolken, so ist recht depressiv alles. Also man hat dann so kurze, also wirklich Träume von was Besseres, hat man eher gar nicht so, es geht dann mehr in Richtung, erlöst mich aus dem Elend und gib mir ein ganz normales Leben, so weißt du, so ein richtiges Spießerleben. Und wenn du dann wieder clean bist, dann kommst du wieder an den Punkt, wo du denkst, Alter, nee, das nervt mich alles, dass ich das mir alles viel zu normal und viel zu beschissen und was redet ihr überhaupt, wenn ihr euch unterhaltet? Alter, interessiert kein Schwein, über was ihr redet. So habe ich ganz lange gehabt, dass ich auf Otto Normal so und auf Dere Unterhaltung gar nicht klarkam, so meine Versuche, normales Leben zu führen. Dann später auch, ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht, ich habe mich total gelangweilt oder so und habe immer nur gedacht, nee, das ist nicht, oder? Das kann so, das ist doch nicht, das kann so nicht gewesen sein, das normale Leben irgendwie, das macht ja, Alter, das ist ja voll deprimierend. So. Und dann halt auch wieder zu Drogen gegriffen. Oh, oh.